Was denken wir von lockigen Haaren? Ja, nein, oh mein Gott. Hi meine Kinder, die Alte meldet sich auch wieder. Ich bin jetzt ein paar Tage in Buscavo zu meinen Eltern. Und ein bisschen mehr entspannt, ein bisschen abschalten. Ja, ich wünsche euch einen tollen Tag und bis ganz bald. Bis zum nächsten Mal.